Migräne ist ein Kopfschmerz, der immer wieder auftritt. Das sind so Kopfschmerzattacken, die längerfristig anhalten, mehrere Stunden bis auch Tage. Häufig mit vegetativen Begleitsymptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Lichtempfindlichkeit. In der Regel werden mehr Frauen als Männer betroffen und vor allem sind junge Frauen betroffen, die dann die Kopfschmerzen so schlimm bekommen, dass sie sich aus dem Leben zurückziehen müssen, in ihrem Schlafzimmer dunkel 24 Stunden ruhen müssen.